Wir haben heute einen weiteren Gast im Web-Talk und das ist Michael Bitzinger von der Digitalagentur Bitzinger. Seit der letzten Wahl ist der Geschäftsführer auch Vorsitzender des IHK Gremiums Hof. Michael Bitzinger hat sein Wirtschaftsinformatikstudium in Hof absolviert und ist der Hochschule als Alumnus weiterhin eng verbunden. Als Ehemaliger kennt er die Hochschule in- und auswendig. Heute geht es um seinen Blick auf unsere Hochschule, hier insbesondere auf die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Hochschule auf Forschungsebene. Denn die gesamte Forschung der Hochschule Hof steht und fällt mit der guten Zusammenarbeit mit allen Akteuren der Region. Dazu gehört neben der Wirtschaft auch eine Organisation, wie zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken, kurz IHK. Mein Name ist Anne-Christine Habel und ich bin Leiterin des Forschungsmarketings der Hochschule Hof und ich freue mich, dass Michael Bitzinger heute bei mir ist und wir über seinen Blick auf die Forschung der Hochschule Hof sprechen können. Herzlich willkommen, Michael Bitzinger. Wie ist es eigentlich, um die Zusammenarbeit zwischen der Forschung der Hochschule Hof und den Unternehmen bzw. den Akteuren der Region bestellt? Dieser Frage wollen wir im heutigen Podcast genauer nachgehen. In den vorangegangenen Podcasts haben wir vor allem Projekte, Gebäude und Veranstaltungen der Forschung der Hochschule Hof vorgestellt. Heute wollen wir die Perspektive der Partner der Hochschule Hof mit einbinden. Welchen Blick werfen Sie auf die Hochschule? Was wünschen Sie sich von uns? Wo sollten wir uns weiter verbessern? Und was machen wir auch heute schon eigentlich ganz gut? Heute schauen wir aus dem Blickwinkel der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken, kurz der IHK. Wir haben heute zum ersten Mal einen Unternehmer zu Gast im Podcast und das ist anders als in den bisherigen Episoden, wo eher ja auch die Projekte oder die Gebäude oder auch die Veranstaltung der Hochschule Hof im Vordergrund standen. Stellen Sie sich doch bitte mal unseren Hörer und Hörerinnen kurz vor, Herr Bitzinger. Also, was haben Sie eigentlich studiert? Wie haben Sie gegründet und wie geht es Ihrer Firma heute? An der Hochschule Hof durfte ich Wirtschaftsinformatik studieren und habe bereits während meines Studiums die Bitzinger GmbH gegründet. Mir geht es heute in der Digitalbranche natürlich super. Unser Team besteht aus 15 fest eingestellten Mitarbeitern und ich habe richtig viel Spaß damit. Und was haben Sie aus dem Studium mit in Ihre Praxis genommen? Also in Ihre unternehmerische Praxis hat Ihnen das Studium dabei überhaupt was gebracht? Ich konnte richtig viel mitnehmen und somit bin ich auch Fanboy der Hochschule in Hof. Wenn man so nach dem Studium das erste Mal vom Campus weg ist, merkt man eigentlich, was die Hochschule einem Studenten für ein richtig tolles Angebot zu bieten hatte. Und ich meine hier nicht nur die legendären Boom-Partys, sondern besonders auch das ganze Wissen, was ich mitnehmen konnte. Ja, mir ist es wichtig, den Kontakt auf vielen Ebenen zur Hochschule zu halten. Gerne komme ich an die Hochschule und die Einrichtungen zurück, da ich finde, die Hochschule ist ein super Motor für unsere Region. Und besonders würde ich mich freuen, wenn ich von der Hochschule Hof weitere neue Kollegen für mein Unternehmen bekommen könnte. Okay, das heißt, Sie wollen gerne Studierende der Hochschule Hof aus der Informatik haben. Warum haben Sie eigentlich damals selber gegründet und warum sind Sie dann nicht gleich, und das machen viele unserer Studierende, die sind in die Forschung gegangen. Warum sind Sie nicht in die Forschung gegangen? Ich war zwar Hilfskraft oder studentische Hilfskraft für einige Professoren, aber während dem Studium habe ich mein Geld mit Vorträgen verdient und dadurch schon erste Kunden gewonnen. Und dabei bin ich auch geblieben, habe eine GmbH gegründet und am Ende des Studiums war das Unternehmen schon groß genug und habe es dann entsprechend weitergeführt, was so gut geklappt hat. Heute gibt es uns 20 Jahre und ich muss auch ehrlich sagen, so ein bisschen rückblickend, ich hätte zwar gern gemacht, noch ein Masterstudium, aber es erschien mir zu meiner damaligen Zeit doch etwas umständlich und aufwendig. Deswegen bin ich sehr froh, dass es heute viel einfacher und durchlässiger ist, auch ein Masterstudium oder eine Promotion aufzusetzen. Sie sind auch Mitglied in zahlreichen Organisationen der Region. Welche genau sind das jetzt eigentlich und warum sind Sie dort jeweils Mitglied? Als ehemaliges Student bin ich natürlich Mitglied im Alumni-Verein unserer Hochschule Hof, engagiere mich bei den Freunden und Förderern und unterstütze das 1x1 als Sponsor. In der regionalen Einrichtung bin ich zum Beispiel bei der Wirtschaftsregion Hofrang engagiert und unterstütze den Lions Club Hof. Früher war ich bei dem Wirtschaftsregion Hof, ein Verband Jungunternehmer und Führungskräfte, bin aktuell nur noch altersbedingt Fördermitglied, jetzt aber schon einige Jahre Mitglied im IHK-Gremium in Hof. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Darum soll es heute schwerpunktmäßig gehen, nämlich die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken. Gestatten Sie mir an dieser Stelle doch nochmal einen kleinen Exkurs. Wir hatten an der Hochschule Hof ein europäisches Transferprojekt. Das hieß Digital Regions, ist jetzt abgeschlossen. Und dort haben wir die Ergebnisse einer Umfrage zur Industrie 4.0 zusammengefasst. Und es geht um acht europäische Länder, in denen im Grunde genommen dieselben Probleme in puncto Wirtschaft auftauchen. Wer das nochmal genauer anhören möchte, das war in unserer Podcast Episode 16 mit Katrin Müller, Digital Regions. So, was waren jetzt die Ergebnisse? Die Ergebnisse waren, dass 71 Prozent der Unternehmen, und das ist verdammt viel, gar keine Digitalisierungsstrategie haben. 71 Prozent. Dann, 61 Prozent der Unternehmen haben kein qualifiziertes IT-Personal. Da fehlen also Informatiker und entsprechend ausgebildete Personen. Und dritter Punkt, drittes Ergebnis, 64 Prozent hat keine Kenntnisse über Förderprogramme und Institutionen. Ich persönlich muss sagen, das ist ein Ergebnis, was ich mir so nicht wünsche, hat aber ganz klar unsere Umfrage ergeben. So, die IHK ist selber als Projektpartner in diesem Projekt dabei gewesen. Und Herr Bitzinger, jetzt würde ich gerne mal Ihre Sicht von außen auf die Hochschule beleuchten. Welche Rolle spielt aus Sicht der IHK für Oberfranken die Hochschule Hof in der Region, gerade auch wenn wir an diese eben genannten Zahlen, die wirklich nicht so ruhmreich sind, denken. Und nochmal, das ist in acht Regionen, nicht nur in Oberfranken, komplett identisch. Ja, die Hochschule Hof ist für unsere Region außerordentlich wichtig. Sie ist ein Magnet für junge Menschen, um diese einerseits in der Region zu halten, andererseits auch junge Menschen in die Region zu ziehen. Für unsere Studenten ist die Hochschule Hof eine Schnittstelle zu den Unternehmen, wo sie dann auch entsprechend ihre Anstellung finden können. Ich denke hier besonders den Mangel an Informatikstudenten dient auch die Hochschule Hof dazu, das entsprechend zu unterstützen, dass wir hier mehr Leute für Informatik begeistern können. Weiterhin bringt die Hochschule Hof mit ihren Instituten viele Innovationen in die Region und ist, denke ich, ein sehr guter Ansprechpartner für die Unternehmen, wenn es um Forschungsprojekte, Auftragsforschung und weiteres geht. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen die Strukturen der IHK angucken, mich und ich denke auch die Zuhörerschaft würde da noch interessieren, welcher Professor, welche Professorin oder auch andere MitarbeiterInnen sind denn in den Gremien der IHK mit dabei? Wen finden wir da? Ja, die IHK ist die Vertretung der Unternehmen in unserer Region. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und ist komplett ehrenamtlich jetzt aufgestellt, die Gremien. Hier sind die Unternehmen entsprechend vertreten, also heißt ProfessorInnen und MitarbeiterInnen der Hochschule Hof, die auch ein Unternehmen haben, sind in einem IHK-Gremien vertreten. Andererseits gibt es noch die Ausschüsse, zum Beispiel den Innovationsausschuss, wo die IHK entsprechend geeignete Personen beruft, um das Wissen zu haben. Wer konkret von den Hofer Unternehmen aus den unterschiedlichen Sparten ist ins Hofer Gremium reingewählt worden? Also Köpfe, Namen und so weiter, wen haben wir da? Das IHK-Gremium besteht aus 40 Mitgliedern. Es ist ein Abbild der ca. 7000 Unternehmen aus dem Bereich Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen. Oberstes Ziel der IHK-Arbeit ist es, bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. Und wenn wir uns das konkret anschauen möchten, zum Beispiel ein Mitglied des Gremiums ist Dr. Andi Kradl von BDX Energy. Der ist an der Hochschule Hof Gründer und sitzt im Einstein 1. Ah, das ist gut, dass Sie Andi Kradl erwähnen, weil mit dem haben wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Das war eine der allerersten Folgen, nämlich die Episode Nummer 2. Gut, haben Sie denn mit den Kollegen und Kolleginnen besondere Themen, die Sie für Hof in der IHK platzieren wollen, beziehungsweise hat die IHK selbst auch einige Hofer Themen in Bearbeitung? Ja, die Aufgabe des IHK-Gremiums ist es, regionale Interessen und Aspekte in die Arbeiterkammer einzubringen und in den Organen der IHK gemeinsam die Stimme der Wirtschaft zu bilden. Vor Ort, also hier den Hof, führen die IHK-Gremien ein kräftiges und selbstbewusstes Eigenleben, bei dem sie gegenüber Verwaltung, Politik und den gesellschaftlichen Gruppierungen das Interesse der Wirtschaft vertreten. Die Gremien wurden dieses Jahr im März neu gewählt und gemeinsam haben wir uns folgende Themen Schwerpunkte herausgesucht. Ganz wichtig, die Digitalisierung. Zweiter Punkt wäre Innovation und Netzwerke, insbesondere auch Zusammenarbeit mit der Hochschule, mit den Instituten, Startups, entsprechender Wissenstransfer. Drittens Energie und Logistik. Viertens Fachkräftesicherung, Außenweiterbildung. Fünftens Infrastruktur und Mobilität. Sechstens unser Standort, Lebensqualität, regionale Entwicklung, attraktiver Wohnraum, Innenstädte, Handel und Tourismus. Wow, das ist ein ziemlich bunter Blumenstrauß. Da sind viele Themen dabei, aber tatsächlich erkenne ich da natürlich auch etliche Themen, die einen Forschungsfokus dabei haben. Werden denn diese Forschungsthemen jetzt hier so auch aufgegriffen? Also welche Rolle spielt die Forschung der Hochschule dabei? Bei den ganzen Themenschwerpunkten sehe ich einen Ansatz zur Hochschule Hof. Für mich zeigt das, wie praxisnah und wirtschaftsnah die Hochschule Hof aufgestellt ist. Und ich denke, hier werden wir bei jedem Punkt mindestens einen oder mehrere Ansatzpunkte finden können. Interessant ist ja jetzt auch zu wissen, ob die IHK auch selber bei Forschungsprojekten dabei ist. Also ich erinnere mich an unser Vernetzungsprojekt Digital Regions, haben wir eben schon gesagt, Episode 16. Da ist ja die IHK als Stakeholder mit dabei gewesen. Also sie nimmt selber teil, das ist schon mal gut. Und die andere Frage ist ja, wie sie Unternehmen auch konkret unterstützt. Also wenn ich als Unternehmen Forschungsinteresse habe, komme ich zur IHK und wie läuft das dann ab? Was passiert dann? Ja, die IHK unterstützt Unternehmen bei der Innovationsberatung, bietet hier Moderation an, um Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzuführen, hilft Unternehmen bei der Auswahl von geeigneten Förderprogrammen für die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, steht aber auch als neutraler Partner den Unternehmen in vertrauensvollen Gesprächen zur Verfügung, um Chancen, Risiken abzuwägen und stellt hilfreiche Kontakte zur Verfügung. Wir haben mit Ihnen ja heute jemanden zu Gast, der einen sehr langjährigen Blick auf die Hochschule Hof werfen kann. Gehen wir nochmal zu den Anfängen zurück. Back to the Roots. Wie haben Sie damals als Student die Hochschule Hof wahrgenommen und wie nehmen Sie Ihre Hochschule Hof heute wahr, insbesondere da auch die Forschung. Was hat sich verbessert und was würden Sie der Hochschule an weiterer Entwicklung wünschen? Ja, allein schon die Gebäude zeigen die Wahnsinnsentwicklung, die die Hochschule Hof genommen hat. Zu meiner Studienzeit bestand die Hochschule Hof aus einem Gebäude und ich habe vorrangig die Lehre wahrgenommen. Heute, gerade durch die Institute, die gebildet wurden, auch mit eigenen Gebäuden ausgestattet sind, sieht man die starke Forschung an der Hochschule Hof. Es ist richtige Sichtbarkeit da und dahinter natürlich auch ein massives Wachstum an den Forschungsprojekten zu sehen. Auch wir als kleines Unternehmen dürfen in Bereichen vom ISIS an zwei Forschungsprojekten mitwirken. Sie haben gerade gesagt, Sie sind beim ISIS aktiv. Gibt es noch andere Bereiche an der Hochschule, wo Sie heute aktiv sind? Ja, besonders Gründung und Unternehmertum ist genau mein Ding und ich freue mich hier über ein super aktives und innovatives digitales Gründerzentrum 1-1. Aber auch in der Jury Digitale Aufbruch der Lehre bin ich engagiert und freue mich über den wirklichen Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ich denke hier an die Vernetzung mit den IT-Leitern der regionalen Unternehmen und der Hochschule, sogenanntes IT-Leitertreffen, das regelmäßig im ISIS stattfindet. Zum Schluss, wir kommen zur privaten Frage. Ich weiß nun, dass Sie gerne wandern. Dann erzählen Sie doch mal unserer Hörerschaft, wo sind Sie eigentlich wandertechnisch hier in der Region unterwegs? Mit meiner Homebase und Hof bin ich schnell im Frankenwald und im Fichtelgebirge. Ich liebe überall dort zu wandern, wo es eine schöne Aussicht zu genießen gibt oder direkt am Wasser zu laufen. Es darf auch gern bei mir ein bisschen kraxelig sein. Also wenn es mal einen Klettersteig gibt, bin ich da ebenfalls zu finden und besonders gern bin ich im Höllental. Hier ist vielleicht dem einen oder anderen der Felsenpfad ein Begriff. Michael Bitzinger, herzlichen Dank für Ihren Blick auf die Forschung. Sie hörten Michael Bitzinger von der Digitalagentur Bitzinger. Und das war's dann auch für heute mit dem Web-Talk der Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht. Und das war's dann auch für heute mit der nächsten Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020